hallo leute und herzlich willkommen zu einem weiteren fußball talk übrigens schon der ich weiß nicht der vierzigste oder so nehmt den extra folgen sogar wahrscheinlich schon noch mehr egal das nur am rande soviel folgen labern wir euch jetzt schon zu ja volle runde puffy balti fabi hallo 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 leute oh gott muss ja so schreien ja wir machen es schnell wir haben den rückblick auf den 19 spieltag dann ja auch die forscher auf den 20 spieltag und nebenbei kommen bestimmt noch auf das eine oder andere thema zu sprechen was noch so in der welt passiert ist ist ja schon ein wenig noch geschehen oder halt nicht geschehen oder halt auch geschehen was wir schon vor einem halben jahr gesagt haben was geschehen wird wahnsinn so freitagsspiel nachher dafür habe ich mir extra tatsächlich über amazon für den monat den euro sport player gebucht und jetzt kann ich live aus erster sichtung sagen also diese art von qualität da waren fünf euro habe ich bezahlt das waren 4 euro 99 zu viel schlimm also ganz ehrlich die schreiben da hd dran ich habe mich kaputt gelacht teilweise sind die die ist die übertragung so eingebrochen dass das ein extremer pixelbrei war und jeder der jetzt zu hause sitzt und sagen wir müssen ein besseres internet haben bei mir klappt das super ja ja ist gut mein internet passt schon daran wird es nicht gelegen haben also wenn man stehende bilder oder so oder wenig bewegung drin kein problem aber manchmal wenn wenn irgendwie die kamera schnell schwenkte boah schlimm erbärmlich so erbärmlich auch beinahe wieder spiel zumindest in der ersten halbzeit hertha bsc hat brusse daum und empfangen brusse daum und die dortmunder ohne stürmer pierre merik obameyang der hatte nämlich zu der zeit auch ein bisschen was besseres zu tun der war nämlich hier wo war einer sockerhalle oder so mit dem bele trikot und hat ein bisschen mit freunden gekickt sehr schön allein dafür ich weiß jetzt sitzen auch wieder welche zu hause die dann sagen ja aber das war doch irgendwie für einen guten zweck irgendwie gegen rassismus also er hätte auch einfach seinem team mal die daumen drücken können und schon gar nicht in dem bele trikot also naja affenzirkus affenzirkus ja wir waren ja noch froher dinge dass dieser heckmeck dieses heckmeck irgendwann mal dann auch endet aber ich habe gerade schon zu den jungs gesagt wartet mal ab wir haben zweiten februar immer noch im kader von borussia dortmund steht weil die nämlich irgendwie anscheinend keine sau für die summe haben will ist schon traurig per an der stelle schade dass ich keine haben will aber warum wohl warum wohl ja okay also spiel endete 1 1 halbzeit stand waren 00 erste halbzeit konnte vergessen war scheiße zweiter zeit war dann ein bisschen ansehnlicher und ein frühstart von von den hertanern also selke 46 minuten der da ja der ganze angriff eigentlich gefühlt ohne ohne abwehr gegenwehr und ist dann mal relativ einfach dann stand 1 0 und ja insgesamt gesehen berlin ist wirklich angetreten aber das ist ja auch keine überraschung um nicht gerade das spiel zu machen standen sicher standen gut haben das gespielt was eigentlich hauptsächlich ja nur können und dort hat dann ein bisschen mehr druck gemacht hat dann irgendwann mal auch in der 71 durch kaka war ausgeglichen vorarbeit von sancho war ein interessantes tor weil sancho hat sich da irgendwie links durch gedribbelt hat was versucht weil wurde irgendwie abgeblockt oder so der ball ging richtung tor aus und da ist es dann so finde ich diese jungen wilden die lassen den ball eigentlich ins ausgehen um die ecke zu nehmen sondern der schnappt sich den ball bringt dann die flanke auf den langen forsten kagawa kann unbedrängt per kopf ausgleichen sancho hat mir wieder mal gefallen und ich mag diese unbeschwertheit finde ich wirklich sehr angenehm eine szene gab es dann noch tatsächlich und zwar in der nachspielzeit wo ein hertana aber weit in der nachspielzeit also wirklich kurz vor spielende wo ich glaube laut kicker war es lustenberger jamolenko der wirklich frei vom tor auftauchte mit beiden händen um klammerte und festhielt und kamen so in der szene wirklich sofort würde das so stunden dauern wie der zieht und zieht und jamolenko wie in so einem cartoon so irgendwie so auf stelle laufen der kam halt nicht vorwärts kam nicht vorwärts und der klammerte und klammerte und der kam nicht vorwärts also wirklich gefühlt minuten und man saß da so und dachte so geil das ist natürlich jetzt richtig bild für die berliner weil jetzt gibt es noch mal ein elfmeter mal gucken wer den treten wird und dann guckst du und dann pfeift er nicht und dann denkst du ja gut okay dann wird jetzt der videoschiedsrichter eingreifen das hat er ja sonst noch mal getan und dann guckst du und es passiert nichts und das spielesende das fand ich ein bisschen überraschend also unentschieden ist das gerechte ergebnis definitiv aber da kein elfmeter zu pfeifen schrägstrich da nicht als videoschiedsrichter einzugreifen mutig mutig aber und in dem vergleich ziehe ich gerne in zukunft dann auch nicht wenn die bayern da rumlungern dann auch einfach mal still sind dann möchte ich einfach einfach mal dann gar nicht funken aus köln und sagen boah ich hatte schon schlicht wenn die nur für 90 minuten gebucht sind in der nachspielzeit was passiert dann ist halt blöd gelaufen also gesagt unentschieden finde ich gerechte härte hatte halt in der zweiten halbzeit als dortmund ein bisschen mehr nach vorne machte hatte berlin noch ein paar jahre ansätze also großchancen waren sowieso jetzt nicht so überragende da doch einen einmal tauchten die glaube ich noch alleine vom vom bürger glaube ich auch vor das war euch schon in der ersten halbzeit bin mir gar nicht sicher also 1 1 geht in ordnung dort mit schüler als mittelstürmer da kannst du auch nicht so viel erwarten und wer hat es gesehen bolti hat es nicht gesehen richtig wie auch ich habe es auch nicht gesehen weil er schreit vom schreien alle mal so ich schreie doch gar nicht puffy ich habe eine zusammenfassung gesehen ja das habe ich auch gesehen also ja ja zusammenfassend war schwer ja aber die wahr einheilige meinung war halt hertha spielt das was sie können mehr können sie halt nicht dorpen und sich gerade im ersten halbzeit schwer getan dann macht hertha relativ schnell der 1 1 0 und dorpen und macht dann ein bisschen mehr hat auch mehr chancen macht gerechterweise das 1 1 und dann die nummer in der nachspielzeit ja warum sich da der videoschiedsrichter nicht meldet keine ahnung ich habe sowieso den eindruck dass in den letzten beiden spielen also jetzt in der rückrunde der videoschiedsrichter so gut wie gar nicht mehr sich meldet oder richtig das gefühl also die linie wurde anscheinend komplett geändert komplett verlassen hat gesagt ach hinrunde war ein bisschen too much rückrunde machen wir jetzt weniger liebe dfl das geht so nicht ja dann müsst ihr euch mein eurem mongo schädeln mal zusammensetzen und sagen hör mal wie ist das denn in der hinrunde haben aber vielleicht team a b c davon profitiert dass wir uns bei jedem scheiß eingemischt haben ja und team df hat darunter gelitten und jetzt in der rückrunde wäre vielleicht oder gibt es szenen wo df teams genau den gleichen genau die entscheidung eigentlich bekommen sollten oder zugesprochen sollten und wir schweigen das haut so nicht hin das muss selbst im in dem verkoksten versoffenen köpfen von den dfl fettsäcken ankommen dass das so nicht funktioniert du kannst dann wenn die saison vorbei ist kannst du dann nochmal nachdenken und sagen okay irgendwas müssen wir ändern aber nicht zur zur halbserie auch nicht hin das ist wettbewerbsverzerrung egal welches team jetzt bevorteilt wurde in der hinrunde müssen wir jetzt mal insgesamt mal gucken aber irgendjemand wird schon erwischt haben positiv wie auch negativ und das kannst du so nicht bringen dann können wir weglassen für mich wirkt so als wenn als wenn man jetzt beschlossen hat okay der hinrunde wartet halt ein bisschen viel und gab ja auch eine menge kritik und wir teilen es kein mit aber die wieder gibt es eigentlich gar nicht mehr und um dann irgendwann zu sagen am ende sagen okay wir haben das ding durchgezogen wir mögen es nicht mehr wie es gibt keinen also und wie hat er überhaupt angegriffen in den ersten beiden spieltagen der rückrunde irgendwo gar nicht doch 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 ich glaube er hat in mainz am wochenende angegriffen als serda das kopfballtor gemacht hat und er dann auf anspiel vorher um angriffen okay ja genau der ein tor für meins nicht zählen lassen also aber ist aber gefühlt greift da keiner mehr ein da ist schicht in köln ja und zu köln kommen gleich noch seitdem der videoschiedsrichter schweigt läuft es bei den kölnern okay ja also wie gesagt wir können mal die tipps vergleichen ich glaube ich habe da 50 getippt genau balti hat richtig getippt hat 1 1 getippt puffy 1 zu 2 fabi 0 zu 1 warum habe ich schon vorgetippt keine ahnung mir war langweilig nein ich dachte ich weiß nicht wusste ja nicht dass schülle schlimmer spielt hätte ich das gewusst hätte ich wahrscheinlich kein tor für dort getippt ich dachte wir gehen irgendwie weil die nicht durch irgendeine aktion in den ersten minuten in führung und dann ja berlin was sollen sie noch hinten stehen und dann kassieren sich ein paar konta schnelle leute hat der bvb auch wenn sie konta spielen eher nicht so können würde es nicht zu ende spielen ich weiß nicht irgendwie so war ich einfach mal am träumen okay machen wir weiter kommen ja keine zeit hier zehn minuten schon wieder mit dem scheiß bvb hoffenheim gegen leverkusen war dann das samstags spiel 1 von 5 partien um 1530 ich habe gar nichts am samstag geguckt ich schon ich auch gut dann legt mal los hoffenheim gegen leverkusen endete 1 zu 4 was war da los hoffen einmal zweimal den posten getroffen beziehungsweise einmal sogar die unter kann die unterkante der latte ich weiß nicht ob du das einzelne von baby gesehen hast irgendwie aus 13 metern mit der hacke das war ganz schick das war auch frech ja ja also das risiko einzugehen ja ja aber aus meiner sicht ein verdienter sieg für für bayern 04 leverkusen aber wieder effektiv definitiv definitiv brand einmal noch allein auf dem tor war zugelaufen am tor vorbeigeschoben dieser toffenheim hat glaube ich einmal geiger nach dem abgefälschten schuss die satte getroffen einmal glaube ich rup aber ja ansonsten waren sie auch nicht wirklich zwingt muss man leider so klar sagen anschlusstreffer auch sehr spät ja irgendwie 86 85 von schalei und dann wird der nummer 1 drauf setzt in der nachspielzeit ja wenn konnte ja ja gut da hat wahrscheinlich oder oder was heißt wahrscheinlich haben die hoffenheimer noch mal ein bisschen riskiert und ob vielleicht doch noch und irgendwie so ein wunder geht aus dass du dann mal konnte läuft ist noch nicht ganz und also was heißt unrecht schon aber es sind dann auch egal am ende ja die rolle getippt hat keiner für leverkusen es gab drei unentschieden tipps nicht gar nicht wahr das ist eine 3 also bord ja 32 getippt fabi 10 und puffy und godi am 11 und 22 getippt also bei heimsieger zwei unentschieden also keine auch nur ansatzweise irgendwie richtig richtig ja muss man glaube ich auch zu dem spiel pillen dreher gegen sap nicht sagen ob du bist schon wieder auf krawall gebürstet klar immer freiburg gegen raba leipzig gegen red bull wachs bitte so wie es ist nein ich soll raba sagen wurde in den kommentaren geschrieben ja und ich sag red bull mit einem smika smiley ja schön war es ne die überraschung des spieltags für mich ne was waren es nicht die überraschung des spieltags also der bolti hat 21 getippt also kann es nicht so die überraschung gewesen der godi hat 1 0 für freiburg getippt also also es wundert mich nicht weil leipzig schon seit mitte der hinrunde nur noch grütze spielen naja auch jetzt in freiburg das war gar nichts also das muss man so knallern sagen das war wirklich absolut gar nicht das war eine absolut enttäuschende vorstellung und ich gehe sogar so weit und sage dass es war ein hochverdienter sieg für freiburg natürlich ein bisschen glücklich was heißt glücklich aber zwei tor aus standards gemacht aber für mich ist das ein hochverdienter sieg für freiburg von von leipzig von leipzig kam absolut gar nichts ein hochverdienter glücklicher sieg von freiburg ja nicht glücklich aber ich meine wenn du zwei standard tore machst du hast halt kein tor rausgespielt so meine ich das beispielsweise zu standardtoren glaube ich habe statistik lesen wieviel tor hat freiburg jetzt 20 und ich glaube sie haben 20 tore gemacht was er dass der kicker ja sie haben 20 tore gemacht und zwölf davon waren aus standards also erscheint stärker zu sein von denen 20 jetzt hier richtig 33 genau und 12 aus aus standard situation und also für mich ein vorverdienter sieg und freiburg muss äh quatsch red bull muss sich strecken also das wohl muss sich strecken aber wird wohl ja also ja kurz gerade die ergebnisse oder die tipps angesprochen fabi hat 0 3 getippt puffy 0 1 gotti 1 0 baldi 2 1 mann baldi wir beide amazing so meine zeit kommt gleich noch ja deine zeit kommt ich glaube das war wahrscheinlich das einzige ergebnis ne moment da habe ich gleich auch noch mal die tendenz richtig also machen wir da einen haken hinter glattbach gegen augsburg 2 0 halbzeit stand 1 0 äh tor schützen der gute herr ginta nach einer ecke wie viele innenverteidiger von borussia dortmund haben eigentlich nach einer ecke in dieser saison schon tore erzielt bolti weiß ich nicht aber okay aber was soll das nicht hinter aber ihr wollt ja nicht mehr haben wenn ich auch immer noch mal das schlecht ist aber aber nach standard situation braucht erstmal ordentliche standard schützen willst du mir sagen dass der bvb keine ordentlichen standards bringt hallo allein diese ganzen ecken auf dem kurzen pfosten wo keiner dann steht oder in die arme ist also ich bitte dich da muss man halt nur mal ja wenn der gegner so oft zack ist da gibt mir schon toll da jedes mal den ball dann easy runter fängt da kannst ja nicht mit rechnen also ja glattbach gegen augsburg zehnte minute schon das 1 0 durch ginta dann haben sich glaube ich gefühlt ein bisschen wieder zurückgelehnt würde ich eigentlich gar nicht sagen hatten hatten noch paar richtig gute chancen hasard eine große chance ja gut aber sie haben nicht mehr das spiel gemacht sie haben sich mehr aufs kontern beschränkt das stimmt aber augsburg ist gar nichts eingefallen weil wenn du gegen augsburg im heimischen stadion nur 45 prozent ball besitzt hast dann klingt das schon so als ja magst du die frühe führung definitiv sie haben sich ein bisschen reingestellt haben dann effektiv nach vorne was das effektiv aber sie haben schnell umgesteinten schnell vertikal gespielt croissant hatte noch eine gute chance hasard eine gute chance sie haben schlau gemacht hat ein frühes tor sie wussten augsburg muss aufmachen und so haben es halt lange darauf gewartet dass sie einen fehler machen hinten ein bisschen schlafen weil sie alles nach vorne legen müssen und so haben sie dann das entscheidende 2 0 gemacht ja highlight des spiels bb ja hatte zwei knifflige situation scheiß drauf war sie heiß nein was wie nein nein irgendwie saßen ihre haare komisch die haare saßen komisch ja ja kaffee kannst du das bestätigen ich erst mal bibi hat haare ich komme ich nie hin sonst das spiel ja wie beschrieben also glaubt man führt halt schnell dann zieht sich dann wirklich unverständlicherweise zurück lässt augsburg im mittelfeld schalten und walten augsburg aber nach vorne halt nicht so zwingend und danach am ende master halte 20 und an beiden toren erst hinter nach ecke von hasard und dann hasard nach vorarbeit von hinter also die breiten haben es gemacht die kanute 1 dieser komische hinter den keiner will ekelig wie gut dass wir in toprak haben so ja geben wir mal die tipps noch wacker durch hier also 2 0 endergebnis was haben wir denn da fabi hat richtig getippt mit 2 0 gotti hat 1 0 getippt immerhin und puffy 2 2 bolti 1 1 ja ja fabi hast mal gut gewürfelt war ja und das war ja nicht das einzige kaum nicht mehr reden so mainz gegen stuttgart das ist doch auch schon wieder das haben die ja bestimmt so ein derby deklariert oder ach komm ist doch alles da irgendwo in derby aber irgendwas finden sie dann trotzdem dass es dann irgendwie rot im wappen derby oder so ja halbzeit stand 1 1 endergebnis 3 2 mainz hier gab es tatsächlich genau slapstick videobeweis und doppelt packer muto und doppelter torwart fehler zieler also da echt nicht gut aus gottes willen dass die genehmigung fehlt ja ja seine aufenthaltsgenehmigung war abgelaufen und er durfte dann deshalb nicht spielen was ein affenzirkus aber zieler ist echt schon traurig der war mann als spieler und dann solche dinge darf man sich eigentlich als bundesicher ich aber gar nicht erlauben doch darfst du mit normalerweise ein tag danach der vertrag verlängert was ist denn gommes was hat er für eine verletzung ist nicht schlimm hatte ich irgendwo vom stuttgart fangen gelesen ist nicht schlimm sollte eigentlich weiß nicht ob am wochenende schmiede kann aber es jetzt nicht längerfristig raus war es sogar warte kurz ist sogar seit heute wieder mannschaftstraining also genau die die aktion von gommes also die verletzung war ich glaube an der mittellinie kommt von rechts ein de jong geflogen hier und hat noch mehr geld bekommen hat ihn dafür getrat ihn getroffen und danach ist dann musst du kommst runter ja der mann ist aggressive leader stuttgart ging noch in führung durch bart stuber ja war eher ein eigentor muss man leider sagen ja da hat sie auch überlegt ob sie nicht gar nicht war das war nicht die szene jetzt überlege ich gerade nee ist schon gut das war ein spieltag davor ja bart stuber aber wurde ihm wohl angerechnet ja quatsch war ein kleines eigentor nachspielzeit erste halbzeit und das war wohl anscheinend sehr wichtig der ausgleich durch muto dann kommen sie aus der zweiten halbzeit raus wieder muto mit dem 2 1 dann holt man das 3 1 ging steckt dann in der nachspielzeit auch ein ehemaliger dortmund nach den anschluss aber geht geht in ordnung der sieg oder ja definitiv ja stuttgart bemüht außer zieler meins mit den chancen ja stuttgart auswärts halt ne das da läuft halt bei ihnen so gut wie gar nichts ja wann man musste denn man musste denn gommes runter 51 okay ja 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 note 5 vom kicker bekommen also vielleicht nicht ganz so gut aber damit akkolo ist natürlich witzig ne er hat bestimmt gefehlt also ja aber akkolo ist halt jemand der denn halt nicht nebenbei woanders fußball spielt sondern der war im stadion ja er macht ja auch keinen achten zirkus und seine genehmigung ist jetzt auch wieder da also er darf im nächsten spiel wieder spielen wie erfreulich tipps noch ja tipps machen wir noch ne freiburg ist der nächste gegner von dort ähm fabi hat 1 zu 3 getippt das war nix puffy hat 1 zu 0 getippt godi hat 1 zu 2 getippt und balti 2 zu 1 also balti dann am nächsten dran ne puffy ja gleich also ihr habt ja beide die differenz so wolfsburg gegen frankfurt das ist ja auch bestimmt ein derby irgendwie ich weiß nicht hat vw nicht auch irgendwie vielleicht noch ein bürogebäude in frankfurt bestimmt bestimmt ähm ja die frankfurter die haben bock momentan oder naja vor allem auswärts also auswärts sind sie glaube ich die zweitstärkste mannschaft der liga und haben auch hier hochverdient gewonnen ja wolfsburg hatte wenig chancen die hatten am anfang es ist nur glaube ich nur stand eine chance durch mali ähm aber ansonsten war da nicht nicht zu viel und ähm nicht verdienter sieg der frankfurter und wolf hat in meiner meinung nach ein richtig starkes spiel gespielt ich weiß nicht welche note er zum kicker bekommen hat ähm zwei glaube ich zwei ja glaube ich hat glaube ich drei zwei tore aufgelegt war auch sonst immer agil und das erste tor von halla war natürlich ein richtiger strahl außer drehung aufs kurze eck ähm eigentlich würde man sagen kurzes eck ist torwart eck aber der war unheilbar würde ich würde ich so sagen und ja am großen ganzen verdienter sieg für frankfurt und für mich ist frankfurt schon so eine kleine überraschung und man hört ja schon die stimmen so aus richtung münchen wenn frankfurt das so hält dass kovac wie ich es schon angekündigt habe als kandidat bei bayern ja ja nagelsmann nagelsmann ist ade ja ja wurde ja jetzt anscheinend gesagt der ist zu jung bla bla aber man sollte ja sagen die rote karte für wolfsburg hat er jetzt auch nicht oder gelb rot hat er jetzt auch nicht gerade in die karten gespielt doch danach haben sie das teuer ne gar nicht wahr kurz davor entschuldigung und aber wobei man sagen muss das war eine klare gelb rote karte und ja also das ist ja keine frage das war mehr als klar und war es in dem spiel ich glaube es war in dem spiel ähm ich weiß gar nicht mehr wer es war irgendwer von von wolfsburg ist auch nochmal äh richtig mit der offenen sohle rein meine ich war es war in dem spiel und irgendein irgendeiner auch aus dem affenzirkus aber ich weiß nicht mehr wer es war bitte wenn wolfsburg so weitermacht können sie schneller unten reinrutschen als sie denken ja wolfsburg hat erst drei siege geholt in 19 spiel die stehen schon unten drin ich meine aber die ganz gefährlichen plätze wie abstiegsplätze elf unentschieden haben sie sich mal eben geangelt martin schmidt der unentschieden experte irgendwas muss man ja können genau so kommen wir zum top spiel am samstag ach so die tipps ja ja wolfsburg fabi hat 1 zu 2 getippt okay puffy 2 0 godi 1 0 bolti 0 2 bolti also mit differenz und fabi mit tendenz so hsv ging köln und es gab da eine trainer entlassung oder ist der ja hollerbach hollerbach macht das jetzt erstmal oder was ne hollerbach ist neuer cheftrainer ach neuer oh ja warum nicht ne wenn man eh schon humorvoll unterwegs ist ähm ja also köln doppelpack tirole ja ne ja genau der weiß wo das Tor steht der Mann ah ja schon drei Tore für Köln ne ja also hamburg äh köln halbster stand 0 1 endstand äh 0 2 und äh ja juhu hamburg schwach ähm die haben es am Anfang ein bisschen versucht aber ähm ja es blieb ja dann aber im Versuch desolate Leistung ähm trainer entlassung mehr als wie äh ja zu erwarten und auch fällig Köln lebt ein bisschen wieder aber trotzdem bleib ich dabei die werden absteigen hier gab es übrigens einen äh faul mit offener Sohle dann war es hier genau dann war es bei Hamburg ich weiß aber auch nicht mehr wer es war Jung gegen äh Höger hätte rot zeigen müssen genau dann war es bei Hamburg genau das war glatt rot eigentlich das haben sie Glück äh Papa Doppelus Fauland Terrolle war elfmeterreif das weiß ich nicht Guido Winkmann mit Note 5 Float Kicker weiß nicht es gab nur es gab nur eine Szene wo Osako durch war wo dann Papa Doppelus ihn noch festgehalten hat aber da war dann links noch irgendwie Douglas Santos von den von den Hamburger wo es dann nur Game Cup ach das wurde gepfiffen festhalten ja ja es wurde gepfiffen ach geht das doch äh ich muss aber Fabi ein bisschen widersprechen ich fand Hamburg gar nicht so desolat ähm ich fand Hamburg eigentlich die bessere Mannschaft und von den Chancen her war der Sieg der Kölner schon schmeichelhaft also Kostic hätte zwei Tore machen müssen nach 20 Sekunden schon die riesen Chancen für die Hamburger also ich fand die Hamburger gar nicht so schlecht ähm aber sie haben halt ihre Chancen einfach gar nicht genutzt Ok wie siehst du das ich fand Hamburg auch gar nicht so schlecht aber ähm Köln hat ja letztendlich halt das Glück momentan ne also die Woche die Woche davor waren sie ja auch nicht die bessere Mannschaft machen halt dann zum Ende hin dann den Siegtreffer jetzt in Hamburg gewinnst du halt auch dieses Abstiegs ich wage es kaum zu sagen aber vielleicht äh besteht wirklich noch eine Chance für Köln drin zu bleiben sind sie nur noch vier Punkte wir haben ja gesagt auch auch wenn wir Ende der Hinrunde schon gesagt haben oder ich gerne ähm die sind durch ähm haben wir im Wintercheck durchaus gesagt wenn sie jetzt aus der Winterpause kommen und direkt hier Spiele gewinnen ja schauen wir mal ne in der Tat also Hamburg äh zieht es auch immer irgendwie immer weiter nach unten haben wir die letzte Woche gespielt verloren gegen Mainz ja kannst du also gegen Mainz und gegen Köln beide Spiele verlieren dann äh hast du gute Chancen dass es dich erwischt ja und für Köln war es halt ein mega wichtiger Sieg weil es halt ging direkt den Gegner der vor dir steht ne ein sogenanntes Sechs-Punkte-Spiel Wahnsinn so gucken wir mal die Ergebnisse oder die Tipps ähm Fabi hat 0 zu 2 getippt Glückwunsch Fabi danke Paffi hat 0 zu 2 getippt Glückwunsch Paffi Glückwunsch Paffi Volty hat 1 zu 3 getippt kein Glückwunsch Paffi und Gotti 0 zu 0 mein Beileid so Bayern gegen Bremen das war jetzt aber auch nicht so souverän oder also 4 zu 2 Endergebnisse 1-1 Halbzeitstand und ja Bremen ging in Führung durch Gondorf dann der Müller mit dem Ausgleich Lewandowski mit dem Führungstreffer Süle Eigentor in 2-2 und dann Lewandowski Müller die das Ding dann doch noch klar machen aber wie gesagt also in Bremen ne da witzelten bestimmt einige Münchner vor dem Schülschunde ja geil hier vorzapft ist 6-0 7-0 die Halligalli Vorstellungen fehlen momentan bei den Bayern aber sie gewinnen halt die Spiele ja sie gewinnen halt die Spiele ist halt noch nicht schief gegangen ähm was haben wir denn hier 4-2 3-0 habt ihr hat der Puffy und Fabian 3-0 getippt Bolti hat 5-0 getippt Gotti 2-0 yeah Differenz richtig weiß gar nicht was du hast Bolti so schlecht war mein Tipp Spieltag doch gar nicht ja 5 Punkte ne ja das ist doch das was Fabian Durchschnitt maximal in der Halbserie aber also 4-2 2 Gegentreffer gegen Bremen bin gespannt Bremen war nicht schlecht Bremen war gut Bayern hat also am Ende muss man sagen hat Bayern das Spiel gewonnen aufgrund der höheren Qualität der Einzelspieler weil als Mannschaft war das nicht so überzeugend fand ich ja aber es war ja anscheinend überzeugend genug dass sich Herr Hummels dann doch noch irgendwann zum Wort melden wollte ich hab da ein bisschen was gelesen Hummels hat auch immer was zu sagen dazu sage ich nichts hab sicher dass er das alles sagen will nicht dass seine seine Frau irgendetwas wieder diktiert hat kann auch sein dass sie da ne indem sie ihm eine Sojalatte brachte er eine Latte bekam und gar nicht mehr wusste was er ich weiß nicht lustiges Kerlchen auf jeden Fall ähm ja machen wir hier wir haben ja schon eine halbe Stunde vorher machen wir noch die die Blauen gegen Hannover äh gucken wir erstmal hier witzig halber mal die Tipps Fabi und Paffi haben nämlich 1-1 getippt und liegen damit beide richtig Beutti hat 3-1 getippt ich hab 2-0 getippt ich werde weiterhin auf die Blauen tippen scheint ja nicht klappt zu haben also äh 1-0 Halbzeitstand Piazza die Leihgabe glaube ich von Juve ne ja hatte getroffen ich guck gerade mal wer hier schon wieder im Sturm geschwüttert aber Burgstöller Burgstöller nur wobei man sagen muss beim Tor den den kann man auch halten also der sah nicht gänzlich unhaltbar aus ist Koloblianca jetzt abgesägt oder keine Ahnung ah also 1-0 durch Piazza ähm und 1-1 durch Völkug hat der Völkug nicht eine blaue Vergangenheit ne das ist ein Hannoveraner er war in Hannover war dann glaube ich in Fürth und ist dann jetzt wieder zurück er war auch mal in Bremen war auch ja genau er war auch mal in Bremen aber es ist ne genau ne anders gesagt er ist ein Hannoveraner aber Hannover wollte ihn damals ja so genau wollen wir es gar nicht wissen ähm und dann weiter jetzt spielt er ein war mehr drin für Hannover oder ja definitiv ja wie hättet ihr das gedacht dass man sowas mal sagt Schalke eigentlich Gelsenkirchen Gelsenkirchen enttäuschend keine Kraftausdrücke gerne wisst ähm ja eigentlich enttäuschend ähm Goretzka wurde ausgewechselt ja und ausgepfiffen ist der schon ausgepfiffen oh mein Gott warum hm weil das zu Bayern geht wie bitte aber das ist ja erst seit ein paar Tagen klar vorher war da nie was die haben nicht schon irgendwie Monate vorher hat er geredet nein hatte er nicht noch sogar gesagt dass das man kurz vor der Vertragsverlängerung stand das hat der Verein glaube ich gesagt und er dementiert hat er nicht auch sowas in der Richtung gesagt ich weiß es nicht oder wurde es ihm in den Mund gelegt ist ja egal also dass Goretzka so ausgefiffen also dass er ausgefiffen wird war klar dass es dieses diese Überhand nimmt äh liegt einfach daran was äh der Vorstandsvorsitzende von Schalke für den Scheiß erzählt richtig ja hat gesagt ich würde ihn gar nicht mehr aufstellen oder irgendwie sowas genau sowas gibt da gibt da bei Sky glaube ich bei Fontora glaube ich in dem Talk da Sachen ab wo ich einfach sage ähm Gehirn einschalten ähm du willst du hast den Jungen noch eine Halbserie du bist wahrscheinlich auf ihn angewiesen und ihn denn so dort hinzustellen als wenn als wenn ihn jetzt erstens finde ich überraschend dass Tennis sagt es ist wir dachten eigentlich immer noch dass er dass er dass er bei uns bleibt also wenn die Vertragsverlängerung wurde mit ihm irgendwie verhandelt im Sommer letzten Jahres ähm und dann hat Gerötzke gesagt ja die Zahl die ihr zahlt die sind okay aber ich bitte mir Bedenkzeit und ich verhandle auch oder ich ich gucke mich auch nach anderen Vereinen um das war die Aussage also er ja gar nicht darf eigentlich aber auch gut ja gut er kann er umgucken kann er sich ja er kann ja gucken wo die anderen Vereinen sind also was kann er gucken Tabelle oder was ja genau oder sowas und schickt sich schon mal angucken ja aber dann aber dann ist es doch als wenn ich da verantwortlich an Schalke bin ist es doch klar wenn er ein halbes Jahr ins Land geht und es wurde ja immer wieder gefragt nach dem Thema Goretzka und da kam gar nichts dann ist es für mich eigentlich schon klar dass der Spieler wahrscheinlich nicht bei mir bleibt ja und für mich ist immer noch klar dass die Bayern mal wieder vorzeitig mit Spielern Kontakt aufgenommen haben die auslaufende Verträge haben und denen den Kopf verdreht haben aber wie gesagt wir haben es ja erst vor sechs oder sieben Monaten schon als hier als fix gemeldet hört doch einfach mal auf uns ja da konnten sie doch nicht so überraschen also Puffy sagt wenn man vom Spieler nichts hört dann muss man davon ausgehen nein aber es ist aber es hat es hat doch es haben doch alle Medien schon berichtet dass Goretzka nicht nur also der Berater er selbst wird ja nicht verhandelt haben der Berater ja sehr umtriebig war und sich in den bei den diversen großen Klubs mal aufgeschlagen ist naja er war in England bei England war Goretzka ein Thema er war in Spanien er war sogar in Italien weil bei Juventus war nämlich Herr Goretzka auch ein Thema und er war dann unter anderem ja anscheinend auch in München sonst wäre es ja nicht zustande gekommen also man muss es jetzt nicht unbedingt immer sagen die Bayern sind so böse sondern letztendlich seien wir ehrlich jeder Verein hält seine Nase in den Wind und guckt wo es ein ablösefreier Spiel hat macht Dortmund genauso gut aber am Ende geht es geht es an die Bayern ne stimmt doch gar nicht nein natürlich nicht so ok wollen wir das Thema abhaken also wir werden uns da glaube ich nicht einig werden ich könnte dir auf Anhieb jetzt auf Anhieb moin ich könnte dir auf Dortmund hat auch mit der Hutsberater schon gesprochen ja nachdem sie sich die Genehmigung geholt haben von Gladbach also ich kann dir auf Anhieb vier Namen jetzt an den Kopf knallen vier Namen ganz spontan ganz spontan wo der FC Bayern vor der regulären Halbjahrsfrist vor Vertragsauslauf mit den Spielern verhandelt hat vier Namen Lewandowski Kirchhoff haben sie bei Dortmund ein Angebot für Geld gemacht doch und wollte es nicht ja und was ist das denn oh Bayern macht ein Angebot für Geld und das ist dann gleichzeitig die Genehmigung dass sie über den über den vertragslosen Spieler dann verhandeln dürfen nein ja aber Bayern hat doch ein Angebot so komm machen wir weiter Rode und Goretzka vier Namen so jetzt habe ich meine vier Namen gebracht ja aber natürlich war immer alles anders aber nach eurer Argumentation kann man ja nie ein Angebot machen doch natürlich aber ein Angebot ist ja ja oder nicht aber nur weil du ein Angebot machst dann hast du Feuer musst du natürlich auch bevor du ein Angebot machst musst du ja irgendwie auch mit dem mit dem mit dem Beraterspieler wo immer sprechen ob der auch wirklich zu dir will Moment wir reden das eine ist man bezahlt eine Ablöse das ist ein ganz normaler Transfer ja und das andere ist den Spieler dann ablösefrei anzuwerben ja aber Leverkusen äh Bayern wollte doch Lewandowski zuerst kaufen ja und ohne dass er ablösefrei ist ja und wenn das wenn das abgelöst wird äh abgelehnt wird bedeutet das ja aber bedeutet das musst du doch regeln ob der überhaupt zu dir will du kannst ja nicht zum Verein gehen ich möchte den Spieler haben und der Spieler will da gar nicht naja Moment also wieder immer noch zwei verschiedene Dinge aber nehmen wir mal das erste Ding wenn ich einen Spieler ähm oder wenn ich äh einen Schein für einen Spieler eine Summe auf den Tisch lege dem Verein faxe wie auch immer außer das fax ist kaputt ja und der Verein sagt äh nee haben wir kein Interesse dran wollen wir gar nicht dann hast du auch gar nicht die Genehmigung überhaupt mit dem Spieler eigentlich zu reden ja aber du musst aber bevor du das Angebot abgibst musst du doch wissen ob der Spieler zu dir ob der Spieler zu dir ob will oder nicht nein erstmal muss er eigentlich das Angebot angenommen werden du gehst doch nicht zu Dortmund oder sagen wir zu Verein X und sagst so ich biete dir 30 Millionen der Spieler weiß davon gar nichts ja dann wird das ja dann erfahren wenn der Verein dann sagt irgendwie ja du hast die Genehmigung mit dem Spieler sonst macht er die Angebote keine Angebote machen gar keinen Sinn du musst doch vorher wissen ob der Spieler überhaupt Interesse hat den Verein wechseln zu wollen also nehmen wir mal jetzt ganz plump den Football Manager erzähl mal wie tätigst du da Transfers was wie tätigst du im Football Manager bei uns Transfers mach mal den Ablauf ganz kurz nee nee jetzt sage ich dir dieser Football Manager ist aber auch nicht reell ah ok gut nur der FC Bayern ist reell so und dann reden wir du kannst doch den Football Manager nicht als nein du kannst den Football Manager nicht als als gängiges Geschäft nehmen nein alles was die Bayern machen nehme ich als gängiges Geschäft so jetzt redest du aber die ganze Zeit darf ich ganz kurz hallo junger Mann das was du die ganze Zeit redest ist ein normales Transferangebot gegen Geld und es gibt eine Regelung bei Spielern wo der Vertrag auslaufend ist im Sommer darfst du erst ein halbes Jahr vorher mit diesem Spieler darf der Berater Kontakt aufnehmen ja und das ist das ist Schema B eine ganz anbringend Schlichte auch noch wenn du ein Ablöserfeuer haben willst richtig dann darfst du ein halbes Jahr vorher genau ja und ich habe gerade vier darum geht es vier Spieler genannt wo der FC Bayern diese Regelung missachtet hat äh Rodewold Bayern damals übrigens schon im Winterkauf nur mal als das ist aber noch keine Legitimierung genau so kannst du sagen ja ich hab dem ich hab dem 2012 schon mal hallo gesagt bitte was du darfst erst Kontakt zum Spieler eigentlich aufnehmen nachdem du die Zusage des Vereins hast also wenn Bayern das musst du mir nicht erklären das habt ihr mir hundertetweißig aber na doch aber du kannst doch du gibst doch nicht pauschal ein Angebot du gehst doch nicht in die Liste und sagst okay der Spieler gefällt mir ich schicke dem dem Verein jetzt mal ein Angebot der versteht es nicht okay wir machen die wir machen die Vorschau er kriegt es einfach nicht hin zwischen normales Transferangebot abgeben und mit Spielern verhandeln die einen auslaufenden Vertrag haben was willst du Moment ihr lebt an eurer Welt ja wir leben in unserer Welt hör doch mal zu pass auf ich versuch's jetzt noch ein letztes Mal ein letztes Mal wenn nehmen wir mal an der 1.1.2018 ist angekommen da muss ich mit dem Verein gar nicht mehr großartig plaudern was willst du dann für ein Transferangebot abgeben wenn er einen auslaufenden Vertrag hat und du ihn im Sommer haben willst ich hab doch aber gesagt dass das Bayern zum Beispiel Rode in der Winterpause schon kaufen wollte ja aber das legitimiert doch dann nicht Gespräche mit dem Spieler zu führen damit der Ablöse freikommt du kannst doch nicht sagen ja denen war ich letztes Hallo gesagt das ist doch kein Argument nur weil die einen Transfer tätigen wollten mit dem Verein und die Frankfurter haben damals gesagt irgendwie ne wir wollen den nicht verkaufen heißt das doch nicht ja ist ja scheißegal dann holen wir halt Ablöse frei wir haben ja jetzt durch unser Angebot was wir abgegeben haben auch gleichzeitig die Erlaubnis die vorgegebenen Liga-Vorschriften zu umgehen haut doch nicht hin deine Argumentation wenn ich sage ich zahle Hundesteuer heißt das doch nicht dass ich meine Einkommenssteuer unterschlagen kann das sind zwei verschiedene Paar Schuhe das eine ist ein Transferangebot da musst du mit dem Verein verhandeln und das ist meine gängige Ablauffolge dass ich dem Verein erstmal ein Angebot vorlege und dann wenn der Verein annimmt habe ich auch gleichzeitig die Erlaubnis mit dem Spieler in Kontakt zu treten das ist die eine Geschichte das andere ist da geht es um ablösefreie Verhandlungen nehmen wir mal wenn oder Option Option C ein Spieler hat eine fixe Ablöse im Vertrag dann muss ich da auch nicht großartig beim Verein anfragen weil dann erkläre ich mich bereit diese fixe Ablöse zu bezahlen da frage ich den Spieler willst du kommen der Spieler sagt ja und ich sage zahle ich die fixe Ablöse hat sich das Thema erledigt wenn ich jetzt aber 1 Euro weniger bezahlen will als die fixe Ablöse ist dann muss ich erstmal den Verein kontaktieren aber das eine sind Transfers und das andere sind Verpflichtungen eines Spielers wo der Vertrag ausläuft unterschiedlich Baschur so vorschau 20. Spieltag machen wir schnell hier Frankfurt gegen Gladbach alles andere bleibt natürlich jetzt leider auf der Strecke wir werden uns da privat nochmal über Transfers unterhalten also Frankfurt Gladbach eure Tipps 1-2 2-1 muss ich drüber nachdenken ich muss erst einen Transfer in die Bote rausschicken ähm äh ich weiß du kennst dich du kennst dich als Bayern-Sympathisant mit diesen Geschichten einfach nicht aus weil für euch ist jeden Tag Halligalli das ist richtig was hast du getippt 2-0 Frankfurt ja hm 2-1 2-1 Frankfurt nee muss ich nicht hab ich die letzten Spiele immer getippt wenn ich der Außenseiter ja äh Bayern gegen Hoffenheim 3-0 4-0 ich sag 1-2 nee ich sag ich sage 4-1 2-1 Bayern Dortmund Freiburg yay äh wer spielt den Stürmer ich sag Oma Mian spielt im Sturm na 2-1 1-1 1-1 3-1 3-0 oh Leipzig Hamburg boah Not gegen Elend ich hoffe ich hoffe ich hoffe auf ein 1-0 mir egal Hauptsache Hamburg verliert 4-0 Leipzig ui neuer Trainereffekt dadurch werden die leicht motiviert sein werden Drops und verlieren 1-0 kein Wort verstanden neuer Trainer und danach hab ich irgendwas mit Drops verstanden ne dadurch sind sie leicht äh motiviert sie sind motiviert Trainereffekt irgendwie sowas da dazu genau aber werden Drops 1-0 verlieren 2-1 Leipzig 2-1 Leipzig Gelsenkirchen 3-1 1-1 2-0 2-0 hat keiner für Gelsenkirchen jetzt getippt? nö ach ich wollte doch ich wollte doch für die blauen tippen damit es wieder schief geht Scheiß Schalke mach weiter äh Bremen gegen Berlin 2 halt ich tippe nur Heimsiege aber ich bleib beim Heimsiege 2-1 1-2 2-0 1-0 Leverkusen-Mainz 3-1 ich auch 3-1 2-0 sag 5-5 1 Hannover gegen Wolfsburg das ist immer ein Derby nein sicher das ist ein Niedersachsen-Derby aber es ist kein Derby Kuhschubs-Derby äh ich sage weiß ich nicht 0-0 2-0 hat es gesagt das Niedersachsen-Derby aber es ist kein Derby ja die Medien nennen es Niedersachsen-Derby auch für keiner ja darauf springe ich doch die ganze Zeit an ja ich weiß das doch aber das ist kein Derby doch eiskalt da wird richtig Wolfsburg ist auch ein richtiger Traditionsverein ja total hoch gearbeitet hat die UFC-Spiel Hochsicherheitsspiel deshalb findet es ja auch Sonntagabend statt so was war jetzt wert wer hat was getippt? Fabi hat 2-0 gesagt ich hab 9-0 gesagt und Paffi Puh genau ja das glaube ich auch Wolfsburg ist mies Hannover hat Fügel ja hat Fügel oder Lücke wie sie ihn glaube ich in der Sproppe gelandet hatten äh 2-1 für Hannover ich sag 1-1 keine Ahnung wie das klappen soll aber bin ich fest von überzeugt immerhin ja so ja Goretzka haben wir genannt Aubameyang haben wir so ein bisschen äh genannt Subotic äh verlässt den BVB Richtung Frankreich Saint-Étienne genau zum Saint-Étienne im Hexklub von Aubameyang ja Zufall ja Obersolz ihm anscheinend empfohlen haben oder so ne hab ich gelesen mal ein bisschen Soccerhal haben wir drin Arsenal also äh gab glaube ich jetzt eine Nachricht dass das äh dass Giroud nicht für den BVB spielen wird ja irgendwie irgendwie eine englische Presse hat das geschrieben Sky Sports hat's geschrieben ja Scheiß auf Sky mehr geil und dann hab ich noch äh spanische Clubs verkaufen Kaderplätze das fand ich lustig als ich das gelesen habe ne das war irgendwie glaube ich Villareal oder so ähm an die saudische äh saudische ich will immer saudische arabische Nationalmannschaft sagen aber an die saudische Nationalmannschaft irgendwie ähm ja einen Kaderplatz verkauft hier ne wenn hier der Spieler spielen soll kann er kann er bietet so mehr X und dann als ich das gelesen habe dachte ich mir so ha bald geht's richtig los hier kannst du ja wie äh Weltraumtouristen da kannst du dann auch irgendwie so ein Fußballtourist werden aber aber gegen Messi spielen aber hat's schon gegeben klar irgendwo in Italien wurde damals der Sohn von Kim Jong Un nein Moabert Al-Gaddafi Al-Gaddafi genau der ist dann in Italien irgendwie aufgelaufen war aber dann aber direkt ein paar Monate wegen Dopings gesperrt hat aber dann auch irgendwann mal gespielt ähm ja warum nicht ne so äh läuft's dann weiter und in Italien äh ist es eigentlich fix oder rechnet man damit dass die TV-Einnahmen extrem purzeln werden irgendwie so auch da kann man dann nochmal sich freuen wenn das dann auch in den anderen Ligen passieren wird und natürlich äh Strasser ne hier Darmstadt-Lautern Spiel abgebrochen in der Halbzeit äh ich glaub Strasser mit Herzinfarkt äh soll aber aus dem Gröbsten raus sein ist das eigentlich nicht so beschädigt dass es ein Herzinfarkt war ich hatte nur gelesen dass es einer sein gewesen soll ohne eine Bestätigung Strasser hat keinen Herzinfarkt erledigt okay was hat er dann gehabt ich weiß es nicht das kann sein auf jeden Fall ist er zusammengebrochen ja kann man nur gute Besserungen wünschen absolut wo der dann Fußball zu nehmen sagt wie stand es denn da zur Halbzeit weiß ich nicht 0-0 0-0 für Darmstadt ah ah Strugjunk ich weiß jetzt ist der Puffy gerade irritiert was hat er wie was war das jetzt ein Witz oder so wenn es nur 0-0 zur Halbzeit steht bedeutet das ja auch eigentlich 1-0 für Bayern denn der Schiele regelt ja wir leben wie bei den Petfields wenn es er leider nicht hinbekommt dann helfen die Schiris jetzt wird es aber hier ekelig aber recht hat er welchen Spieler würdest du denn von den Bayern mit Brady vergleichen Robben Robben Vidal Neuer da fallen genug ein Lewandowski kann man auch nicht nein das sind alles Schiris Bonus Larm hätte ich nur so verglichen Larm die alte Schiris aber Larm hat das keinen Schiris Bonus du durfst jetzt nicht alles machen nein das war eigentlich leicht zu Robben oder Vidal aber so vom Glitschigen her weißt du von der Ausstrahlung aber dafür war ja doch hat er phasenweise schon dominante Jahre als Rechtsverteidiger Puffy wen würde es mit dem vergleichen scheißegal Brady hat auslaufenden Vertrag den haben wir schon kontaktiert für Bayern ja auch ein Spieler mit 5 Jahres Vertrag noch auf dem Buckel ist der auch auslaufend Wieso ärgert ihr den Puffy jetzt die ganze Zeit weiß ich auch nicht muss nicht sein wir hätten damit nicht angefangen äh Puffy so Puffy möchtest du noch was sagen was soll ich dazu sagen hast du es erkannt oder auch noch nicht also du kannst jetzt sagen andere Vereine sag einfach ihr lebt an eurer illusorischen Blase dass kein Verein vorher mit irgendjemand anders das ist ja eine ganz andere Schiene also ich wollte gerade noch sagen du kannst ja sagen dass andere Vereine oder andere Berater sich auch an der Tankstelle äh im November vielleicht schon treffen aber du hast ja gerade komplett schief argumentiert in Richtung die haben ja ein Angebot abgegeben interessiert ja keine Sau Angebot abgeben wäre dann im Wintertransferfenster der Transfer noch über die Bühne gern aber für Geurts gaben sie ja nicht mal ein Angebot abgegeben oder offiziell meine ich nicht ne ja davon ist nichts bekannt nee ansonsten klar wenn sie von Grezka irgendwann mal vielleicht drei Euro geboten haben und Gelsenkirchen abgelehnt dann haben sie natürlich die Erlaubnis mit dem Spieler darüber zu verhandeln dass er ablösefrei kommt da stimmt auch wieder so wir haben fertig ach so ist das ist das übrigens so ein bisschen auch die Unruhe die wir bei Gelsenkirchen hervorgesehen haben ich meine mich zu erinnern dass wir irgendwann ich weiß es nicht mehr Ende letzten Jahres gesagt haben ja Gelsenkirchen oder sogar schon im Sommercheck bin mir gar nicht mehr sicher im Fall wurde gesagt irgendwie ne Maja Goretzka auslaufende Verträge das könnte nochmal richtig für Ärger sorgen und ich meine der Sellers hat gesagt nö da ist alles ruhig und alles tut die und kommt es jetzt Maja ist ja noch offen also bei Maja ist ja noch nicht klar was passiert ich hab ja schon gesagt was passiert aber glaubt mir auch keiner ich würde den bei Bayern nicht vorstellen der geht auch zu Bayern nach deiner Einschätzung ja ich hab gesagt der wird auch nach Bayern gehen ihr seht den auf der Insel ne ich hab ich hab auf der Insel falsch ich hab halt gesagt irgendwann mal glaube ich Tottenham oder so wurde gesagt dass das Tottenham an ihm interessiert war irgendwie zweiter Holtby da hab ich gesagt der kriegt ein Tackling ab und das ist nicht gut für ihn physisch ich hab schon gesagt wo er hingeht aber ich lass mich überraschen ja aber nochmal die Frage ist das so ein bisschen jetzt der Zündstoff der auch vielleicht auch ein bisschen der Grund war warum man ja im Spiel jetzt nicht ganz so souverän aussah vorher lief das ja eigentlich recht flutschig kann gut sein ja es sorgt auf jeden Fall innerhalb der Mannschaft für Unruhe definitiv so wie Obermechan bei Dortmund so ein bisschen Schalke war ja auch am Anfang der Saison ja für mich nicht wirklich überzeugend haben zwar Punkte geholt gehabt aber haben nicht überzeugt haben sich ja dann erst zum Ende hin gesteigert wo man dann sagt okay sie sind darauf aufgetreten wie eine stärkere Mannschaft der Liga und jetzt ja gut nicht überzeugt aber auch in den Spielen meine ich am Saisonanfang waren sie aber tendenziell immer ein bisschen überlegen als ihr Gegner da ist auch vom Ballbesitzer es werden die nächsten Spiele wahrscheinlich zeigen ob es da irgendwie einen Knacks gab bin gespannt muss man vielleicht Wintertransferfenster ist noch offen vielleicht kann man sich noch zwei drei Stürmer holen oder so noch mehr ja natürlich ich habe überhaupt Geld ich habe immer Geld das ist irgendwo kriegen die immer finden die noch was in der Couch oder so ja zur Not Zeit bitte die sind total unabhängig so wir sind durch wer ist unabhängig wir sind durch und war wieder lustig wenn ihr diese Folge hört ich hoffe ich kriege es am Freitagmittag wieder hin heute Abend dann wahrscheinlich wieder Secret Hitler oder oder andere Tabletop Simulator Spiele basteln da gerade eine Runde also einschalten ist quasi Pflicht da kann man natürlich auch gerne nochmal über Fußball reden wobei eigentlich sind wir da sehr abgelenkt ne doch ne so in dem Sinne macht's gut bis nächste Woche tschüss ciao ciao